Das ist auch eine deutsche Marke, Knubbel. Ja, das kenne ich aber. Kennst du? Ja, fix. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, jetzt ist es soweit. Ein weiteres Mal Hypeists nach erfundenen Modemarken befragen. Wie der Name schon sagt, gehen wir auf die Straße, suchen uns ein paar Leute, die anscheinend modebewusst sind, heraus, die so richtig teure Marken flexen. Da sind wir im ersten Bezirk in Wien eh ganz richtig aufgestellt. Und werden die so ein bisschen zu ihrer Meinung, zu einzelnen Marken fragen und darunter einzelne erfundene Marken mischen. Das ist dreist. Heute in der UNGE-Edition, das heißt, wir werden heute Wörter und Ausdrücke verwenden, die UNGE geprägt hat, wie zum Beispiel Milch ist Gift, Partie partout. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Wir werden das alles so ein bisschen Englisch aussprechen und noch ein paar Wörter darunter mischen und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Werden sie zugeben, dass sie diese Marken nicht kennen oder werden die einfach sinnlos flexen und so tun, als ob sie sie kennen. Das wird schon sehr, sehr spannend, Leute. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger rum und suchen uns schon die Ersten. Here we go. Freunde, nicht vergessen, bevor wir loslegen, schaut auf Instagram vorbei, jetzt hier unten verlinkt. Und ganz wichtig, bald erscheint meine neue Kollektion von MAM, Liberty and Justice in einem Monat. Seid gespannt, gibt es mehr und mehr Infos in den nächsten Videos. So, wo waren wir die ersten Opfer? So, Freunde, ich habe schon den ersten Kameraden da am Start. Wie heißt du? Arda. Arda. Ja. Freut mich, Servus. Grüß dich, Corona-Gruß. Wir sind heute unterwegs, fragen Leute so ein bisschen zum Thema Mode. Ich sehe, du bist da modisch gekleidet, mit den Air Force natürlich am Start, so ein bisschen Straight-Pants und Kalkani-Shirt. Kalkani ist so eine Marke, die du feierst? Geht so. Geht so, okay. Was sind so Marken, die du cool findest? Meistens trage ich Nike, Jordan und das war's eigentlich. Okay. So teure Marken feierst du auch, oder? Feier ich, aber Geld reicht nicht aus. Okay, okay, nice. Aber wenn mal ein bisschen Kohle da ist, dann gönnst du dir schon was. Ja, schon. Was sind so Marken, die du dir gönnen würdest, zum Beispiel, wenn es Geld ausreichen würde? Dior. Dior zum Beispiel. Ich feiere Dior, ja. Dior ist ziemlich nice. Milk is Poison ist auch eine Marke, die gerade mega gut abgeht. Feierst du die oder eher nicht so? Kenne ich nicht. Okay, okay. Und jetzt so, Skate-Schiene kommt ja immer wieder zurück. Also gerade jetzt geht alles in Richtung Skate. Ja. Was sind da so Marken, die du nice findest? Tragst du Skate überhaupt? Nein. Nein, gar nicht? Skate ist so gar nicht. Das ist ein Canadian-Format von YouTube. Okay. Ich schaue dich sogar so an. Scheiße. Okay, nice. Das heißt, du kennst, heute bist du nachher wundern im Auto im Markenbefragen. Okay, nice. Trotzdem vielen lieben Danke fürs Mitmachen und schönen Tag dir. Tschüss, servus. Fuck. Geht gleich mal schlecht los. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Das könnte heute ganz, 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 ganz schwierig werden. Oh, oh. Entschuldigung, kurze Frage. Na, seh ich ja. Das wird halt nicht so lecker. Schätzt jetzt mal in den Kommentaren, wie viele Leute wir heute Hops nehmen werden. Ich hoffe, dass mindestens zwei dabei sind. Okay, danke euch. Deine Minderstunden. Nice, dann. Okay, na, kann ich's machen. Na, trotzdem, schönen Tag euch, gell? Ja, ich auch. Ja, kennt das Format. Es ist zu schwierig mittlerweile. Warte, ich gehe zu dem, Bruder. Ja, schon schlecht. Danke trotzdem, gell? Tschüss, servus. Fuck. Grüß euch, Leute. Wie heißt du? Scherif. Scherif. Scherisi. Wie heißt du? Mero. 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 Sorry. Mero, wer will. Aber ich habe schon mitbekommen, ganz weit von der Musik seid ihr nicht entfernt, oder? Nein, nein. Ich bin eben Musiker, Künstler, Akashic Records, unser Label hier in Wien. Okay, nice, nice. Auf jeden Fall mal abchecken, Leute. Ja, verbindet sich. Musik und Mode ist ja nicht weit voneinander entfernt, oder? Überhaupt nicht. Es geht Hand in Hand. Sieht man auch an euren Outfits, ihr seid absolut modebewusst. Auf jeden Fall, ja, wie man sieht. Was sind so Marken, die ihr feiert? Ich gehe ein bisschen in die Haute Couture auch rein, also Marken wie Semiyake, Yoshiyamamoto. Ja, 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 okay, okay. Das sind halt die... Partie partout zum Beispiel, ja, voll. Genau, das sind halt die Marken, die mich wirklich immer schon geprägt haben und so. Kleide ich mich auch wie besprechend, also... Ja, amerikanische Marken, bei euch auch ein Thema. Chrome Hearts wird gerade mega gefeiert. Okay. Genauso wie... Chrome Hearts, kennt ihr nicht? Chrome Hearts sagt mir nichts, aber sagt ihr von Jerry Lorenzo, jetzt auch die neue Kollektion? Ja, er hat ja FOG und FOG Essentials, genau. Er macht jetzt auch was Neues, Milk is Poison, ist wieder auch mega gefeiert. Milk is Poison sagt mir nichts. Okay, okay. Ja, die wird gerade mega gefeiert. Ah, okay, nice. Aber so deutsche Marken werden jetzt auch immer relevanter. LFDY kennt man zum Beispiel. 6 PM. 6 PM, genau. 6 PM Pesos. Ja, Peso natürlich. Schnubbel geht auch gerade voll ab. Geht eh. Also, wie gesagt, Streetstyle allgemein. Es hat über die letzten Jahre einfach auch seinen Peak auch schon erreicht, aber es geht weiter. Ja, safe. Aber es ist auf jeden Fall, wie du sagst, es ist gerade die Zeit, wo Musik und Mode Hand in Hand geht. Und so geht die Promotion auch viel schneller raus. Ja, das stimmt. Weil so Gucci, Balenciaga, Madeira, das wird ja alles schon weniger, oder? Ja, das Ding ist halt, es ist schon ausgelutscht, wenn man das so sagen kann. Das ist nur noch Madior jetzt. Ja, ja, voll. Aber es versucht jeder urban zu gehen. Aber man darf halt nicht vergessen, das sind halt Marken, die schon lang am Start sind, aber die gehen auch nur mit der Zeit. Aber Etardy kommt ja gerade voll wieder überhaupt zu. Tiger Elemente, Tiger Waze Etan, die fokussieren sich ja nur auf dieses Ding. Was sagst du zu Root? Root finde ich mega. Wahnsinn, oder? Ja. Wild Fashion, Shoutout. Ja, Wild Fashion haben wir was. Wild Fashion hat Root gerade reinbekommen, also geht es euch abchecken auf jeden Fall. Ja, Tiger Waze Etan finde ich halt Bombe, weil ich eben diese Tiger Sachen mag. Wie findest du das? Bro, musst du mir mal zeigen, weil den habe ich jetzt nicht im Überblick. Aber allgemein Tiger Motive ist immer gut gegangen, wie gesagt bei Etardy auch. Also wäre nicht schlecht, wenn es wieder mal zurückkommt auf einer reißen Weise. Safe, habt es recht. Ja, cool. Nice Jungs, dann vielen lieben Dank für euer Feedback dazu. Ich habe mich auch gefreut. Schönen Tag und alles Gute euch. Ich habe euch auch. Tschau. Tschüss, Servus. Tschau. Ja, das war leicht. Ich glaube, euch brauche ich gar nicht fragen. Ihr kennt Zeit bis zur 100.000 Wohle Markenfall, oder? Wir passen. Ja, machen wir ein Foto. Epi Corona. Gott sei Dank hat das funktioniert. Ich habe mir schon gedacht, das Video ist im Arsch. Was soll ich sagen? Keine Ahnung, was du mir gerade gesagt hast. Ja, also ich finde halt, der Max macht ordentliche Pieces. Alles immer komplett perfekt. Qualität ist mega nice. Seitdem ich ihn verfolge, hat sich mein Fascial-Stil komplett geändert. Oh, ist wirklich ein Idol geworden. Dankeschön, Bro. Dankeschön, Dankeschön. Auf jeden Fall, mach weiter so. Quali besser als Wasserstack. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Balenciaga-Pieces. Das ist so, komplett die gleiche Qualität. Also von dem her so highes Level ist erreicht. Danke für den Anspruch, freu mich. Dankeschön für das Feedback. Gerne, gerne. Ciao. Alles Gute. Schönen Tag. Ja, es ist halt nicht gelogen, wenn ich das sage, Leute. Ist so. So, Freunde, ich bin da bei den nächsten modisch gekleideten Jungs. Kannst du noch mal kurz deine Socken zeigen? Wer war das? Du. Ganz, ganz wild. Den Flex haben wir unbedingt noch mit einbauen müssen. Jungs, man sieht an den Outfits, da sehe ich Cactus Jack. Euch ist nicht ganz wurscht, was ihr anzieht, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also ihr macht euch schon Gedanken, bevor ihr irgendwas anzieht? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Klar, klar. Marken, ich sehe jetzt Travis Scott-Fan eindeutig. Supportet ihr auch den Staff? Sicher, fix, fix, fix. Aber keine Ahnung, jetzt zum Beispiel die Schuhe finde ich jetzt mega teuer und so weiter. Finde ich halt schade für wirklich OG-Fans. Ja, das stimmt. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein Arschloch, weil ich es habe, oder? Du bist ein Arschloch. Ja, das ist ein Arschloch. Ja, das ist ein Arschloch. Aber die Schuhe sind mega nice. Ich finde die auch Bombe. Gott sei Dank habe ich das Geschenk gekriegt von dem her. Was ganz praktisch, habe ich die 1300 nicht ausgeben müssen. Ja, deine Freunde brauche ich auch. Ja, grüße gehen raus an den Philipp, gell. Jungs, das heißt, so Sachen, die way too overpriced sind, sind für euch nicht relevant. Oder schon auch, gönnt sie euch manchmal. Es geht, kommt drauf an, kommt drauf an. Also es kommt drauf an, in welche Preisklasse das geht. Aber ja, ja, sag mal so Gucci, Balenciaga, Matera auch nicht. Nein, ich eher nicht. Okay, okay. Also ich habe halt schon ab und zu überlegt, Balenciaga oder Gucci Schuhe zu kaufen. Matera nicht? Okay, okay, nicht allein. Das kenne ich auch nicht, wenn Sie eigentlich sagen. Aber das Ding ist halt, also sorry. Ja, alles gut, alles gut. Also ich wollte halt sagen, keine Ahnung, ich finde die ganzen Leute, die das kaufen und so weiter. Denen geht es halt eher nur darum, dass es halt Anerkennung ist. Für den Flex, gell. Ja, für den Flex geht es halt nicht darum, dass es halt wirklich gut ausschaut ist, dass es halt nur, ja, ich trage Balenciaga oder so. Ja, safe. So wie Chrome hat es jetzt, der aktuelle Flex ist irgendwie Milk is Poison, flex jeder Rapper damit, wo du denkst, warum. Unnötig, oder? Ich meine, den Scheiß von Milk is Poison würde ich nicht einmal tragen, wenn er mir geschenkt wird. Es schaut irgendwie aus, oder? Ja, das stimmt schon. Also ich bin jetzt kein Fan davon. Ja, okay, okay. Und was ist mit so deutschen Marken? Sind ja jetzt viele am kommen. Welche gibt es zum Beispiel? Naja, LFDY, 6PM. Peso bin ich ein großer Fan. Peso bist du ein großer Fan? Also morgen ist, soweit ich weiß, der Drop. Ja. Und ich werde mir hundertprozentig eine Hose bestellen. Okay, nice. Und den Pulli wahrscheinlich auch. Ich habe beim letzten Drop leider nichts bekommen. Wenn es klappt, ja. Was hältst du von der Kooperation mit Knubbels, die er jetzt macht? Findest du die nice, oder nicht so? Ich habe die ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Okay, okay. Also kann gut sein, dass ich... Ist auch eine deutsche Marke, Knubbel. Ja, das kenne ich aber. Kennst du? Ja. Ja, finde ich auch ganz nice eigentlich. Aber ja, man muss halt schauen, mit wem man kooperiert. Ja, genau. Ja. So asiatische Marken findet ihr nice? Bape zum Beispiel? Meinst du jetzt, die kennen so... Ah, eher nicht, eher nicht. Also ich bin nicht so ein großer Fan davon. Okay. Wir waren eben... Wie hieß das jetzt? Solbox. Ja, waren wir kurz schauen und die Sachen sind... Ja, Sie haben jetzt bei Solbox auch Sachen von Partie Partou, wo ich mir denke, nein, die sind mir viel zu bunt. Klassisch. Ja, ja, ja. Das ist dasselbe wie bei Bape, finde ich. Früher war es echt nice. Ja. Ich finde, das war so eines der ersten Hype-Dinge, die ich mitbekommen habe. Ja. Aber ich finde, die Farben sind viel zu ober und es haben mir zu viele Kiddies an, das... Ja, 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 verstehe ich. Nein, brauche ich auch nicht. Da bin ich vollkommen eurer Meinung. Ja, das ist fix, fix. Okay, ja, nice Jungs. Dann vielen lieben Dank für das Interview. Gerne, gerne. Ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Tag. Macht es gut. Eben, vielleicht im Channel oder so. Ja, Maximilian heißt der Knall, das Video setzt ihr dann morgen online. Ich glaube, das wird euch ganz gut gefallen. Jungs, Dankeschön. Schönen Tag euch. Alles Gute. Ciao, servus. So, jetzt schnell weg. Nicht, dass die irgendwas googeln und sehen Hype-Dinge nach erfundenen Modemarken befragen. Here we go. Ja, nämlich so, wie heißt das Knubbel? Und ich denke mir so, fuck, jetzt hat er mich. Ich so, ja, Knubbel. Ja, ja, kenn ich. Ja, Freunde, mit dieser letzten Runde sind wir am Ende. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Und mit welcher Person ich dieses Format nochmal drehen soll. Nicht vergessen, Freunde, auf Instagram vorbeischauen. Und in einem Monat ist es dann finally soweit. Meine neue Kollektion Liberty and Justice. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war's von mir. Euer Maximilian.